Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, meldet euch bei Carvo Sprengballs, anzunehmen bei Nevin Dralsang in Neutüftlerstadt an dieser Stelle. Vor Quest war eingekesselt. Quest ist auch automatisch angenommen, wenn wir mit dem NPC quatschen. Und nun geht es in diese Richtung. Tunnel Rock, Zugdepot, wir sind aber noch immer in Neutüftlerstadt. Und jetzt müssen wir hier einen Weg nach oben finden. Ihr seht, man kann hier einfach hochlaufen. Sieht am Anfang nicht so aus, aber es ist so. Quest ist dann abzugeben bei Carvo Sprengballs in Neutüftlerstadt an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.